jetzt sind auf ja ja er gab es umgespackt aber noch mal herzlich willkommen deswegen ja zu deinen zuschauen auch herzlich willkommen wir haben uns jetzt entschieden dass wir durch gehen aufnehmen und nicht immer diese pausen dazwischen machen weil wir sind eben noch die einzig bekloppt das auch weiter aufnehmen also immer bringt ja nicht dann ist ja geil dann deswegen einfach durch gehen aufnehmen und wir haben unsere uhr dann auch und dann können wir schön 15 minuten hatten fast das gleiche ja so ist das ja teilweise nicht so wie gerade 17 und ein halb minuten ja ja das kann auch mal passieren also ich habe keine pixel gegen zombies kämpfen muss grafikeinstellung pixel verringert so einmal getroffen gleich gekeilt so mal gucken meine pilzfamilie müsste doch auswaschen so jetzt mal gucken wie weit er noch gebrannt hatte eben bevor ich weiter gelaufen weil noch zwei levels also so ein dunkles loch wo die pilze drin sind ja super finden für monster wir haben sie sich noch nicht also man muss wieder trinken ganz gut handeln das dauert auch ganz lange bis die pilze sich vermehren so das ist das ja ich mach das ich mache jetzt noch eine größere farm ich mache jetzt so schwarze löcher hin wo die einfach rein steckt ja wo die ganzen monster dann sporen ich brauche erfahrungspunkte on mass ja so ist das flash das kann weg weg so das fertig sind wenn das eigentlich so ein wasser einmal eine scheiße in der perle noch das ja leute ich weiß dass es regnet ist mir aber scheißegal scheißegal die ja die axt mitnehmen hört die axt im balde die axt im balde das stinkt immer erst lustig ja bist du nicht ja auch nein doch nein bei mir ist da gar nichts mehr drin doch in dem loch in welchem loch ja wohl der pilz drin ist ja ich hab das auch zugemacht da ist kein licht drin ist dunkel wie die nacht ist auch nicht ich mache sie dieses bond plattform holz und schön sponer hin so 56 sind das naja denn diese komische wasserquelle da ist doch machen wir uns mal noch eine kiste weil dann haben wir da noch eine doppelte was auch gefährlich eine doppelte kiste lilliputana ja ok krassend hat gerade ein bisschen geleckt ich verstehe nicht warum aber jetzt habe ich keine schaufel gemacht wie geil egal egal es soll kürbel mit der hand abbauen so so eisen haben wir da eisen und gold hatte ich ja noch mitgebracht zack zack 30 eisen ja das muss sogar reichen um noch die letzten ip zu kriegen dann zack zack vielleicht mal was fressen er hättest auch essen sagen können ok auf dich höre ich nicht sagen wir klar ja wir auch nicht ne zack 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 geht das denn hier rüber noch mehr feile bei namen dass wir noch über dass das rein als kohle ja fast zu anderthalb sechs facken reicht ja dass so schlecht nie es hat auch kein zu regnen verdammt verdammt du das könnte euch mal beherrschen und nicht immer hier hochschießen können sie nicht daher wollte ich nicht mögen das weiß ich ja ich will auch nicht darunter fallen selber persönlich sind mindestens 45 skelettischen unterwegs noch mal mehr muss man einmal mitnehmen und mit diese falle da ein schiff zu schwer hat das geile war ich gucke erst mal was die uhr anzeige toll ist es kann nur die passieren ja wenn du kannst halt auf die uhr guckst du eigentlich sonst drei und dann doch nicht mehr sechs dann ist das nun mal sieben ja ja da musst du gerade nachzählen wie viel das immer sind ich übertreibst jetzt wie gesagt mit der farm nicht nur jetzt machst du ja immer und übertreibst sind wie blöd sind wir eigentlich nehmen wir brauchen das gibt so ein netzer quatsch ja und man ja auch nachher mit fahrer machen ja man brauchst du das sowieso ja was willst du netzer quatsch haben ja ich brauch doch ip und bis in ip bau hier nur noch deswegen passt das grad ganz gut ich brauch jetzt auch nur noch wieder einen level deswegen sag ich ja einfach mal nase quatsch abbauen ja mach's doch ja mach's doch mach ich doch gerade ich bin ja schon in der hölle mal wieder war noch nicht so lange her wo ich das letzte mal da war ne deswegen schwachsinn eigentlich muss man das mal so machen wie das gibt es wie das jemand meinte was und zwar das stufe 1 dink und dann mit 30 verzaubern wenn das wirklich so ist die stufe 1 weg muss ich das jetzt verstehen nein weil ich meine für zauberung wissen also erst stufe 1 und dann stufe 30 ja was sich das zu wechseln war sonst machen liegt ja auch mal nur rein und was wieder raus naja klar ich muss ja raus und ja kannst ja maus hier mache ich trotzdem nicht halbbarkeit 3 immerhin halbbarkeit immerhin halbbarkeit das ist das gute einfach ein bisschen buddeln 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 wurde wurde jetzt kann man erst mal weiter wo ich letztes mal aufgehört habe gar nichts zu tun aber wieder in die hülle gehen weiter diamanten suchen weil ich so ein bock zu habe ich auch kein bock zu haben muss da gemacht werden wieso wie viel zähne reisen rüstung oder was gegen den klar ja ist klar und außerdem die bräuhe obsidien so gehe ich wieder da hinten hin oder gehe ich woanders lang ist dahin ich glaube ich gehe hier einfach weiter dort dürfen die nächsten monster hier spawnen guck ob hier was drin ist f hm was habe ich denn hier gemacht ach ich glaube das war falsch schmied lalala 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 er weiß ich weiß hehehe gleich diamanten gefunden ja es tut meinig sage ich ja noch hm wenn es tut meinst geht zum schnellsten ja 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 ich bin also vorher dahinten weiter wo ich beim letzten mal aufgehört hatte weiter das dachte mir auch mache ich einfach daneben weiter sagt diamanten zehn blöcke nach vorne ein nach links ne drei nach links wieder zehn blöcke zurück immer weiter so wie nur eine schlange vorn dann hast du es irgendwann guten tag welt ne meistens gehe ich noch ein bisserl weiter hat er jetzt auf gerade einen enderman weggeboxt oder was hm weiß ich nicht sah so aus kohle kohle ja der kann ender boxt sogar endermans weg also kohle müsste man vielleicht mal eins zwei mehr machen ja mir fehlt nur noch ein scheiß ende dann muss ich die koordinaten raus suchen um dahin zu kommen ich frage mich immer warum ihr so viele spinnen sind weiß ich nicht weil du so spinnst vielleicht schlecht so schlecht von dir weiß nichts neues ja praktikum war langserum habe ich auf mein ich finde ich schon was ich gehe den ganzen bei mir ab ja scheiß witches das rechner ich höre nicht so sogar zwei endermann cool 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 ich muss das skelette los wenn sonst guckst du mich die ganze zeit nur weg ja das ist so echt das ist wirklich erzend ne ist nur ein hä 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 da wollte doch noch ein zweiter endermann bitte der ist abgehauen ja hat keine lust mehr ja es reicht ihm immer wieder neu zu spawnen und kate zu werden oder alter verpiss dich doch verpisst euch restmonster so noch mehr redstone oi ooo was man hier mal einen redstone findet ne was man noch gar nicht braucht ja und kannst du den noch mit aufheben außer wenn du so übertreibst damit und irgendwelche riesen schaltung baust das alles leckt soll das denn nicht schon wieder heißen was denn ich übertreibe es nie okay ich mein titel nicht hallo ja ja wollte ich nicht mal aber gut dass du dich angesprochen fühlst dann weißt du dass du dich bist nö ich übertreibe nie oder mich übertreibst das ja nicht ich nein ich übertreibe nie du 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 sehr du 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 zack 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 nicht ein monster doch hier unten sagt ja und jetzt habe ich ausgeleuchtet da kann ich alles vielleicht beim nächsten mal acht stück schon was reicht gut so viel war das nicht macht auch stück schon acht vier stecks was sterben das problem mit der lava immer dass ich rechtzeitig noch schaffe anzuhalten zwischen wieder nach unten gebuddelt nein geradeaus